Fahrzeitsportfreunde, ein neues Let's Play und heute Premiere bei Automobilista 2 in der Augmented Reality. Gestern kam das große neue Update und ja, endlich geht es wieder in eine Richtung, wo ich sage, jo jo, da macht es laune mit dabei zu sein. Die Physiks fühlen sich wirklich gnadenlos gut an, man spürt richtig das Gerichtstransfer hier im Lenkrad. KI ist übrigens auf 100%, Aggression auf 65%. Aggressionskontrolle habe ich auf Lauf stehen. Aber er ist auf hoch. Der Schaden ist natürlich an. Die KJ hat jetzt auch endlich eine Blocklinie. Das bedeutet, sie lässt sich nicht mehr so einfach vorbei und kämpft auch schön untereinander um die Plätze. Aber gucken wir uns das ganze bunte Treib mal gleich hier in Ruhe an. Das heißt gleich, jetzt. Okay. Okay. Übrigens sitze ich im Porsche Cayman GT4. Auf der Laser gescannten Strecke Oldenpark. Ja, scheiße. Mann. Man kann schon mal fahren, ist nicht mein Ding, ey. Wie gesagt, du spürst richtig schön den Gewichtstransfer beim Fahren. Und das ist schon ganz schön anspruchsvoll. So wie es bei einer Sim sein soll, ey. Und das Schöne ist ja, dass Automobilisten zwar ja quasi noch am Anfang stehen. Da können wir uns noch auf viele großes Freude und erwachen. Aber der Porsche hier, der fühlt sich schon richtig, richtig geil an. Da kommt richtig voll auf. Ja, ihr kennt ja bestimmt den berühmten Vorführeffekt. Im Training liefst wunderbar und jetzt... Wo ich mit euch hier unterwegs bin, dann läuft es wieder gar nicht. Ah, jajajaja, oh Mann. Ah, der macht schon Druck hinten. Ah, der macht schon Druck hinten. Die Jeanette haben richtig geilen Sound. Allgemein, der ganze Sound hier in diesem Spiel, in diesem Sinn, kommt richtig geil rüber. Okay, schon wieder den Sausage Guard mitgenommen. Wie ihr seht, die K.I. ist auch schön untereinander am Kämpfen. Kämpft hier um Päpze und Positionen und macht auch Fehler. Richtig geil. Macht bloß weiter so. Macht weiter so. Das war wieder nichts. Jetzt krieg ich wieder ja nichts in die Hand. Ich versuche, ich höre jeden Apex zurück. Okay, mal voll. Die VR-Brille beschlägt auch gerade wieder von der Pulle. Oh man. Oh man. Okay. Hört euch da nach. Geil. Ich hoffe, ich komme da noch mehr, geht die 4 nach 10. Die 4 wäre cool. Oder der KTM. 1.28. 1.20. 4.11. Der letzte Laptime war 1.29. 1.27. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020